19 Uhr. Plus minus eine halbe Stunde. Vielleicht auch 20 Uhr. Wer weiß. Falls sich daran was ändert, dann sage ich das auf Discord oder Twitter. Join meinem Discord-Server. Link ist in der Beschreibung. What the fuck tue ich hier eigentlich? Gott verdammt, finally. Mit einem halben Jahr Verspätung. Immerhin noch 2019.